Okay. Jawoll. Da ist noch so ein Ding. Mainframe ist gut. Das ist noch so ein Ding. Hä? Da kommt schon los. Außer ganz für... Das ist ja dann. Er hilft mir ja. Ne, von da kamen wir. Das ist doch einfach nur... Toilette. Ich hab keine Ahnung was ich suche. Ist was drin? Ich bin ein guter Mann. 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 Oh, fuck. Der ist ja gut. Gut. Unschön. Hätte nichts gebracht. Nein! Say that. It's the only thing left of value. You know that. Yeah. Yeah. Promise you won't leave it behind. We'll all be dead one day. Then what? We'd better keep it safe until then. Don't want the wow to take it. Swallow it whole. I'm sorry, Catherine. nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Entschuldigung, jetzt kommt er wieder und macht Brrrr Brrrr Brrrr. Ohhhh. Hau ab, nein. Nein. Und hier ist leider verschlossen. Ja, ich weiß. Irgendwas hier? Wow. Sie wird alles verschwingen. Das heißt, also der Typ ist gegen die Warne. Oh, nein, 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 aufhoffen lassen. Alles aufhoffen lassen wollen wir schon. Warne ich. Ja. Ich hab's doch vor. Ich muss... Ja, hier, warte. Und hier. Geht auch weiter. Gut, und hier. Okay, jetzt noch weiter runter. Dann würde ich auch sagen, einmal hier rein. Oh. Ich würde sagen, wir nehmen den ersten Eingang. Work Area. Und... Nichts. Gar nichts. Der zweite Eingang. Wie heißt der? Dispatch, was auch immer das heißt. Ich weiß es nicht. Okay, wir haben einen... Okay, wir haben einen... ...Glas. Eingang. Und der Rest von Paus 2 sind in Ordnung. Funkverkehr im gesamten Standort zusammengebrochen. Und nun nach Sonne verliert immer wieder die Verbindung. Dringend Reparatur verlaufen, bis wir den funktionieren können. Tau, die Aufzugsplattform nicht einholen. Besuch von SSI, Volchek, Dahl und Holland. Einführung eines Systems. Zweifel, füchentlicher Kontrolle bis zu 100%. Wieder schon unter Kommunikation. Humar. Wir haben von Tau angeholt. Wir brechen alle nach Amikon auf. Sind von Monstern umgeben und ohne Funk. Wir sind im Arsch. Okay. Übertragung. Was? Offline. 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 Was? Ja. Schon klar. Gar die ist natürlich nicht. So. Combox. Ja, ja, ja. Ist egal. Türverriegelung. Ah. Na toll. Okay. Das ist gut. Ich bin hier. Tunnelöffnung. Bischöbel vielbereich. Ja. Ah, 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 ah. Okay. Okay. So, wir haben das gemacht. So, wir lassen mal gucken. Das ist es nicht, was jetzt geöffnet ist. Noch ein Dive und das ist das, wo es nach unten geht. Aber wir haben das da doch jetzt aufgemacht, oder? Nicht. Was ist anders? Was ist denn jetzt mal wieder? Na ja, komm. Die gehen wir nach unten. Das hilft ja alles nichts. Wie tief? Wie tief? Ist bei dem Spiel immer eine wichtige Frage. Das ist ja hier irgendwo drin, der Arsch. Ich wollte da nicht raus. Ah, ja. Ich verstehe nicht. Da können wir nichts machen. Also müssen wir da hin. Irgendwann wieder. Okay. Was machen wir jetzt hier? 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 Ja, sprich mit mir. Hast du noch einen Tipp? Was machen wir jetzt hier? Ich verstehe jetzt gerade nicht. Ich habe irgendwas hier aufgeschlossen. Oh. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Nein. 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 Ich bin da. Was? Ich bin da. Ich bin da. Der Power Plant in Epsilon. Der Ruins der Lambda. Der Abandone Delta. Theta. Ich bin da Theta. There's not a lot left of Pathos 2. And I'm the only living person you've met? Yeah. You mean I'm the last living human on the planet? I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed at? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the gun at Fi. Launch it into space. That was the plan, alright. I've been guarding it ever since we brought it back to Tao. I just couldn't bring myself to let go. Tell you the truth. I don't have the strength to argue. Yeah. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? Do anything for you? You could kill me. Good one. I'm glad you came by. Good to get this over with. Are you serious about me killing you? No, I'd love to hang around here until I dry up to the size of a raisin. Simon, this fucking sucks. Corona, I don't want to live like this. I still can't believe I'm the last one. It's crazy. Would you stay with me please? Come. It won't be long now. Just please just stay. But of course. What a crazy thing this was. Life. I killed the last people. Active死亡. At least I don't want to turn 30. Hooray. Wish I could have died at home with my friends. Doesn't kind of funny me. You ever been to Greenland? It's very beautiful. Well, at least when you get out of the city. Nanak is busy. And yes, there's like 12 million people trying to get around. But it's a great place. But who's not able to do that? Or rather, it was a great place. Ah, definitely. Before the comet ended at all. You know what? I prefer it this way. Mm-hmm. I liked Pathos. Liked my colleagues. Ian, Nick, Jasper, even Catherine. Uh-oh. People thought she was weird because she was quiet. But she was cool. Genau. Simon, you're still there? I'm here, Sarah. Don't let him die. Okay? Send them out there. To the stores. Das ist meine Aufgabe. Genau das hab ich vor. Die Blackbox ist inaktiv. Ich hab wahrscheinlich gefunden, um es auszuprobieren. Erstmal alles hier durchgucken. Ich weiß, ob ich hin muss. Doch. Ah. I can climb a ladder while carrying the Ark like this. Moment. Moment. Okay, danke. Hey? Ich bin gespannt. Dann muss sie genau prüfen, welche herkommissionen mit Kalimischverbindungen sie sich in Pathos 2 finden lassen, sollten sie dann mit dem Versürzen überprüfen können, letztens so für Sarah Lindow. Einfach zu, um bewusstlose oder komatöse Problemen mit dem Versürzen am Leben zu halten. Mit kurzer Platzschaffung für zu investieren, das hat natürlich Versürzen gebaut worden, der hat er verlassen als letzter Zugriff. Kann ich da irgendwo drauf gucken? Nein? Ja. 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 So, wir kommen jetzt weiter runter. So, das ist jetzt tatsächlich recht einfach. So, das ist jetzt richtig, ich weiß es nicht. So, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, 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 ich weiß es nicht.